Grüezi! Hoi, Thomas. Ich suche Boris. Bist du Boris? Äh, ja. Wer hat einen anderen Boris im Kopf? Wenn ich googlen kann, sehe ich einen mit Bart und Brille. Jetzt kommt einer ohne Bart und ohne Brille. Ja, ich habe eine grosse Veränderung durchgemacht in den letzten... Persönlichkeit verändert? Ja, in den letzten 45 Tagen, glaube ich. Oder in den letzten 30 Tagen sogar ist das passiert. Oder hast du mehrere Persönlichkeiten? Nein. Nicht? Du warst immer der Boris? Ja. Nein, ich habe eine Veränderung gemacht. Es gab für mich zwei, drei Entscheidungen. Einerseits den Bart abhauen, meinen geliebten Bart. Das habe ich nicht freiwillig gemacht. Okay. Und die Brille habe ich verloren, weil ich die Augen gelasert habe. Und das habe ich freiwillig gemacht. Und darum sitze jetzt ein anderer Boris als der, den du online kennst. Gut, aber das mit der Brille ist sicher ein Vorteil. Es ist sicher weniger Aufwand. Mit dem Bart weg hast du mehr Aufwand am Morgen. Ja, eher der dritte, vierte Tag jetzt. Okay, gut. Genau. Apropos Persönlichkeit. Wir reden über Personal Brand Photography. Ich habe den Begriff kürzlich erst das erste Mal gehört. Sicher. Ich habe mich gefragt, ist das ein Worthul, das irgendjemand kreiert hat? Oder ist das ein Worthul für ein Thema, das man eigentlich schon kennt? Wie zum Beispiel einfach ein Environmental Portrait oder so. Nicht so passvoll, sondern so etwas mehr drauf haben. Mhm. Ja. Ich will auch kurze, ein, zwei Sätze, was das ist. Ich glaube, jeder versteht etwas anderes unter Personal Branding und Photography. Für mich ist es ein Modewort von unserer heutigen Zeit, wo jeder und alles irgendwann online sich repräsentieren muss. Ob das eine Firma ist oder ob das eine Einzelperson ist oder ein Creator, der sich auf dem Netz repräsentiert. Der baut sich ja in einer Art wie einem Brand auf. Und zu einem Brand gehört eine Bildsprache. Sei die grafisch, sei die mit Text oder sei die dann eben auch mit Bild, mit Fotos. Und wenn es um Menschen geht und wenn man sich selber gerne darstellen möchte, dann braucht es Bilder von den Personen, die sich darstellen möchten. Und da heute ja über Social Media alle so nahe zusammen sind. Einander direkt kontaktieren können. Mhm. Viel nur online passiert. Ist es wichtig, dass man sich auf dem Netz so präsentieren kann, wie man tatsächlich ist. Also dass jemand, der einen nicht kennt. Ich muss jetzt so schnell. Mein Telefon ruft. Mein Telefon ruft. Ich habe jetzt natürlich nicht abgestellt. Los doch einfach ruft. Sorry about that. Gut. Also. Ja eben. Aber dann geht es bei dieser Art Fotografie nur um, das wird nachher nur online gebraucht und wird das auch ausgedruckt. Also schickt es rein der Grossmutter oder der Schwiegermutter oder der Freundin. Was denn die einzelnen Personen mit diesen Bildern machen, das weiss ich nicht. Aber ich produziere hauptsächlich für online. Also für Social Media Webseiten. Und natürlich gibt es auch mal Leute, die dann irgendwie einen Flyer drücken oder Bilder buchen für einen Artikel, den sie schreiben, für ein Fachmagazin. Es geht einfach darum, dass sie eine Art Stockbildern von sich selber, wo sie immer wieder einsetzen können, um dann auch den Brand durchzuziehen. Stockbild ist ein guter Begriff. Weil das ist eigentlich das, was wir häufig sehen. Bei gewissen Sachen. Was ja eigentlich zeigt, es ist ein professionelles Bild, das irgendeine Tätigkeit zeigt oder eine Persönlichkeit, die irgendetwas macht. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ein Stockbild im Sinne von, dass sie eine Anzahl an Bildern haben, die sie immer wieder verwenden können und dann auch den Brand stärken. So sehe ich das. Ja, schon, schon. Die Tätigkeit, die sie machen, zeigt natürlich dann eben, ob das einer ist, der in einem Café arbeitet, weil er ein digitaler Nomade ist. Oder ob er irgendwo jemand in einem Büro sitzt und an einem Computer arbeitet. Oder eben eine Person, die im Kreativbereich unterwegs ist, im Innovationsbereich mal aus einer anderen Perspektive zeigt. Das sind so etwas die Sachen, die ich probiere herauszuschaffen. Weil jeder Mensch ist irgendwann einmal durch Einzigartig. Er hat verschiedene Interessen, er hat andere Pläne, er hat irgendwie einen anderen Charakter und zeichnet sich durch andere Merkmale noch aus. Oder sich unterscheidet. Und das ist das, was ich immer probiere herauszukürzeln mit diesen Menschen. Dass sie in dem Umfeld, wo sie sich gerade bewegen, ihre Einzigartigkeit vor der Kamera zeigen und ausleben und repräsentieren. Du sagst auf deiner Website, die Persönlichkeit ist fotografierbar. Ja. Du musst natürlich sagen, sonst kommt das gar nicht zu dir. Aber ich nehme schon an, es ist sicher fotografierbar. Es ist einfach nicht mit einem Bild zu machen. Wenn man ein Bild sieht, dann kennst du einfach die Situation. Die Situation, genau. Und das ist einfach eine Facette von einer Person. Genau. Darum sehe ich gerne immer mehrere Bilder von einer Person, um jemanden zu einschätzen. Genau. Zu dir kurz. Also kurz, ja, es sind relativ viele Punkte. Du bist bald Vater von drei Kindern. Ja. Du bist seit dreieinhalb Jahren selbstständig. Du nennst dich Visual Storyteller. Was eigentlich ein Fotograf ist, auf Deutsch gesagt. Was aber auch okay ist. Du hast viele Gesichter und viele verschiedene Hüte. Ah. Auf Instagram gibt es ein Bild mit Hut und ohne Bart. Den hast du heute nicht dabei, den Hut. Hast du nicht mehr alles unter einem Hut? Nein, ich habe noch überlegt, ob ich einen soll anlegen. Aber ich habe jetzt auch eine neue Frisur. Also die hat sich auch ein bisschen verändert. Hat sich alles. Aber die Frau ist immer noch die gleiche, offen. Frau ist immer noch die gleiche. Wir haben viele Sachen miteinander. Job ist immer noch die gleiche. Du hast Insta-Meet. Du hast schon bei Meetmaker. Genau. Also Meet mit zwei E. Also nicht mit Fleisch, sondern mit Meetings. Meetmaker, genau. Also man kann bei dir ein Insta-Meet machen, aus kommerziellen Zwecken. Also wenn du eine Marke hast oder einen Event mit Fotografen machen möchtest. Dann kannst du das bei dir. Soll ich schnell ausführen, was das Insta-Meet-ZH ist. Ja. Gern. Also Meetmaker an sich ist eine Influencer-Marketing-Agentur mit Fokus auf Content Creation. Mhm. Das heisst, wir helfen Firmen dabei, die richtigen Influencer und Creators zu finden, um Inhalt für sie zu produzieren. Mhm. Und aus dem hause ist dann eben auch das Insta-Meet in Zürich entstanden. Das ist ein Event, wo wir Influencer, Bloggers, YouTubers, Instagrammers und Brands einladen für einen Abend, wo sie sich gegenseitig ausbilden. Wir haben immer einen Brand und wir haben immer einen Influencer, der zum Thema, zu einem gewissen Thema redet. Und die anderen kommen und hören zu. Der Influencer sagt, wie er mit Brands zusammenarbeitet und der Brand sagt, wie er mit Influencer zusammenarbeitet und was für Projekte sie schon hatten. Und das ist so ein Abend, der von halb sechs bis zum Abend um zehn Uhr geht. Und als Brand hast du einfach die Möglichkeit, Events zu hosten. Du kannst dich einkaufen mit einem gewissen Sponsoring-Budget. Dürfst dann aber auch eben dich präsentieren. Vielleicht sogar eben einen Standaufbau. Wenn du zum Beispiel ein Kamerabrand bist, darfst du auch deine Produkte geben. Huawei ist zum Beispiel gekommen. Olympus, Nikon etc. Die haben dann einfach immer einen Stand gehabt, wo du das Gear anlangen und ein wenig ausprobieren konntest. Und so direkt an die Community kommst. Auch die Light & Byte hat zum Beispiel schon mitgemacht. Bei denen sind wir im Fotostudio gewesen. Und die haben natürlich dann auch noch ein bisschen Know-how abgezügelt. Also die konnten dann mit den Leuten reden, mit den Influencern, mit den anderen Brands. Und das ist das Insta-Meet. Also wir tun dort. Also es ist Insta halt von Instagram. Und das ist ein wenig das Medium, das alle verbinden. Und das läuft eigentlich gut. Also das machen wir jetzt seit drei Jahren bald. Und es haben regelmässig 60 bis 100 Leute, die vorbeikommen. Cool. Müssen wir mal vorbeigehen. Ich bin ja nie gewesen. Genau. Unbedingt anmelden. Meetmaker.ch slash Insta-Meeting.ch Schreib so nahe. KMU-Magazin Swisscom? Ja, das ist das Online-Magazin. Genau. Dort bin ich noch als technischer Projektleiter dabei gewesen. Das hat sich jetzt erledigt. Nach dreieinhalb Jahren sind die eigentlich so gut aufgestellt, dass es mich nicht mehr braucht. Aber das ist ganz am Anfang ein sicheres. Das war ein finanzielles Polster, das ich noch mitnehmen durfte. Das ist meine Selbstständigkeit gestartet habe. Ich bin extrem dankbar dafür. Es ist immer gut eine Teilzeitarbeit zu haben, wo man kann. Ja, ein wenig Geld verdienen. Wo man weiss, dass es fix reinkommt. Genau, und langsam wieder runterfahren kann, wenn es nicht mehr. Ich bin super dankbar, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Migros-Club-Schule. Und darf man machen. Klub-Schule ist ja so, dass ich dort im Lehrgang Content-Marketing ein Modul gebe. Das ist Visual Social Networks und Fotografie. Visual Social Networks? Ja. Alles, was visuell ist. Also Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest etc. Okay. Ich zeige Ihnen, dass es eben ganz einfach ist, dass man mit dem Handy, so wie du jetzt gerade ein Filmchen machst mit dem Handy, dass man mit dem Handy Bilder erstellen kann, die für die Online-Nutzung super geeignet sind. Und halt, wie man sie dann auch präsentiert auf dem Netz, auf diesen Social Networks. Und ein neues Kind, Content-Creation-Space in Rapperswil. Yes. Das ist eine Schweizer-Deutsche Sendung, das hat sehr viele Fachbegriffe in Englisch. Tut mir leid. Ja, ich bin Englisch verfallen, ich mache Englisch sehr gerne. Ja, ist klar. Aber das ist okay, ich denke, die meisten verstehen es. Content-Creation ist Inhaltsproduzieren-Space, ein Ort, wo man Inhaltsproduzieren kann. Genau. Inhalterstellungsraum würde eben nicht ganz so sexy tönen. Und darum finde ich Content-Creation… Aber die Deutschen würden es sicher übersetzen. …dot-space. Also das Domain ist eben auch lustig. Content-Creation-dot-space. Also ich finde, das hat gerade gepasst. Das ist wirklich innerhalb von 10 Minuten entstanden, so der Name und die Idee. Dort geht es darum, dass ich gerne möchte einen Raum schaffen für Begegnung von einzelnen Creators. Also Leute, die gerne etwas erstellen möchten, aber nicht unbedingt das Geld haben, um das Material zu kaufen. Das heisst, ich möchte ihnen einen Raum zur Verfügung stellen, wo sie buchen können, wo sie mieten können für einen guten Preis und dort ihren Inhalt erstellen können. Aber auch Firmen dabei unterstützen, Inhalte für sich zu produzieren. Und ihnen eine Art Convenience anbieten. Also, weil, damit kannst du Content creeren, musst du einerseits ein wenig Material haben und du musst Skills haben. Ohne, dass du jetzt wüsstest, wie du das Video machst. Ja, das machst du ja einfach. Das kaufst du einfach bei deinem Tag oder irgendwo. Genau. Ja, ja, aber nicht jeder hat Geld. Das stimmt. Ja, klar. Und Skills? Skills, das ist auch noch etwas, wo du machst. Dann machst du auch irgendeine Workshop oder so. Oder unterstützt dich, du sagst, komm vorbei, ich zeige euch, wie es geht. Genau, genau. Ganz genau. Die erste Folge können wir zusammen aufzeichnen und dann machen wir das selber. Genau. Also es ist immer jemand dort. Ich habe jetzt jemand angestellt. Also es ist wirklich… Es ist immer betreut, wenn man dort herkommt. Der Raum wird nie einfach nur leer sein. Und du sitzt dort und denkst, oh, was muss ich jetzt machen? Sondern du hast immer jemanden, wo du kannst fragen, wo du kannst ansprechen, wenn es ein Problem ist oder wenn du nicht weiterkommst. Aber ganz klar gibt es am Anfang die Einführung. Wir probieren unsere Kunden dann darauf herzuführen. Und dann geht ja bald auf. Also 1. April ist ja dann öffentlich buchbar. Hoffentlich. Drückt man den Daumen, dass es klappt. Und dann hast du einfach wirklich die Möglichkeit, daran hergeführt zu werden, den Inhalt zu kreieren. Du kannst den Inhalt dann im Rohformat mitnehmen, sei das Foto, sei das Video, sei das Audio. Du kannst das mitnehmen und dann selber verarbeiten. Oder du kannst uns den Auftrag geben, damit wir das für dich verarbeiten und den Feinschliff mal geben. Sehr gut. Das ist eigentlich das, was man braucht, wenn man ganz am Anfang steht von etwas und man noch nicht so richtig traut, viel zu investieren. Genau. Also wir können im Prinzip die ersten 5 oder 10 Folgen von einem Podcast dort aufnehmen, wenn man jetzt noch nicht wüsste. Und dann merkt man, okay, das zieht und das ist gut. Und dann entscheidet man sich vielleicht, okay, ich mache das weiterhin und tut etwas eigenes aufbauen oder kommt weiterhin zu uns. Und eben, wir verkaufen eine Art Convenience. Und vielleicht auch ein wenig, ähm, die Hürde, die man sieht, die ist ja recht hoch teilweise. Also für gewisse Menschen ist die Hürde relativ hoch. Für dich und mich vielleicht ein wenig weniger. Aber es gibt so, ich würde auch gerne, aber. Und das aber probieren wir zu reduzieren, respektive zu eliminieren. Dass sie zu uns kommen, dass sie das mal erleben dürfen. Dann merken sie, okay, es macht mir Freude. Es lohnt sich jetzt, das Investieren oder das mal zu machen. Oder nein, es ist nichts für mich und dann haben sie es zumindest probiert. Ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Ist sicher noch relativ einmalig in der Schweiz. Ich habe es nie gehört. Sehr gut. Ich bin gespannt. Zurück zum Personal Branding Photography. Du schreibst auf deiner Webseite, am Ende können sie online zeigen, wer sie offline wirklich sind. Und wo zeigt man sich dann online? Ein paar kurze darüber gesprochen. Eben, es sind die sozialen Medien. Es ist vielleicht so ein wenig Xing, LinkedIn. Ich habe eher gedacht, Online-Dating wäre auch nicht schlecht. Es ist einfach etwas teuer für das. Für das gibt es auch Leute, die schon ganze Webseiten und Produkte eigentlich haben, dass man sich dort so fotografieren lassen kann. Also effektiv Shootings für Online-Dating-Plattformen, das gibt es. Wer zeigt sich wo online? Man hat so eine grosse Auswahl. Ich weiss nicht, ob du das Prisma von den Social Networks kennst. Es gibt so ein super schönes Prisma. Das kann man sicher einblenden. Ich schicke dir den Link zu dem. Und dort sind mehrere hundert, wenn nicht tausend verschiedene Plattformen drauf. Und jeder hat seine eigene Präferenz. Bei mir, wenn ich es auf mich beziehe, ich bin sehr gerne auf Twitter unterwegs. Ich bin sehr gerne auf Facebook und auf Instagram unterwegs. Neu jetzt auch auf YouTube. Und LinkedIn und Xing war nie so wirklich mein Ding. Das ist mir zu steif. Du suchst auch kein Job. Es ist auch ein Job. Ja, es ist so ein wenig... Weisst du, es ist auch eine Networking-Plattform. Für mich sind es jetzt die Big Four, die ich betreue und mich immer wieder darauf einloggen. Und natürlich habe ich einen Blog. Natürlich darf ich zwischendurch einmal auf einem Fotosofa sitzen oder noch jemand anderes. Oder einen Artikel schreiben für eine andere Plattform oder für ein Magazin oder für eine Zeitung. Und dort brauche ich Bilder von mir. Ich meine, du hast jetzt eben das eine Foto von mir mit Bar gezeigt. Das ist ganz furchtbar, dass es das noch gibt. Weil Leute und ich jetzt ganz anders ausgesehen haben. Weil eben, es passiert mir immer noch, dass Leute wirklich an mir vorbeilaufen. Du bist froh. Du bist froh, dass sie dich anhauen. Ist das lästlich? Sie suchen mich, aber finden mich nicht. Aha, okay. Wenn es abgemacht ist, ist es schwierig. Nein, furchtbar ist es nicht. Es ist einfach noch ungewohnt. Mein Brand hat sich ja verändert, weil ich von meiner eigenen Tochter gesagt habe, Papi, du siehst blöd aus. Ja. Und ja, auch andere sagen, du, jetzt hast aber gerade zwei Sachen. Also mein Sohn hat dann gesagt, jetzt hast du gerade zwei Merkmale auf einmal verloren. Das ist deine Brille und dein Bart. Herzlichen Gautomation, Papi. Ja, also Persönlichkeit hat sich massiv verändert. Persönlichkeit nicht, aber das Aussehen. Also ich habe googelt. Eines sehe ich einen ohne Bart. Eines mit Bart denke ich, ist das gleich. Kommt er jetzt mit oder ohne Bart? Da habe ich ein Video gesehen auf YouTube, wo aktuell ist. Gut, er kommt ohne Bart. So schnell wächst der Bart nicht. Aber ja, so kann man sich natürlich seine Persönlichkeit auch ein wenig steuern. Was man möchte. Die Ausserlichkeit ist das, was man zuerst sieht. Gehen wir gleich mal weiter. Apropos Persönlichkeit. Du hast zwei, drei Beispiele auf deiner Webseite. Einerseits ist Urs Bucher. Mhm. Ich frage jetzt euch zu Hause, was hat Urs für eine Persönlichkeit? Oder was seht ihr? Ich frage jetzt auch mal, ich habe noch nicht alles gelesen, was er macht, aber aufgrund von den Bildern sollte man jetzt ein paar Sachen sehen. Wenn ich das erste Bild anschaue, sehe ich jemanden, also der ist etwa, was ist der? 55? 60? Es ist noch schwierig zu sagen. Es stimmt nicht. Ich sage zu dem jetzt nichts. Du sagst zu dem jetzt nichts. Ich würde sagen, er sitzt wahrscheinlich in der Küche an einem Holztisch, hat ein Buchhoffens-Kaffee, nebenzu ein paar Bücher. Für mich sieht er ein bisschen aus wie ein Journalist, Dozent, Professor. Ja. Wir schauen mal das zweite Bild an. Musikliebhaber. Hier sieht man es sehr gut. Und der Musikliebhaber, nicht einfach so Musik-Musik, sondern Platten, Plattenspieler, Analog, so ein wenig, man sieht es auch an den Möbeln an. Eben, man sieht sehr viel, also die Person ist eigentlich nicht mal so relevant auf dem Bild. Also da gibt es für die Aussage. Am Anfang hast du ihn gesehen, da schaut die Kamera, da lacht er. Du siehst gut, das ist der Urs. Und nachher musst du einfach schauen, was es rund umgehend ist. Ist noch irgendein Sonos oder so, ein Lautsprecher? Oder hast du noch Technik gefunden, ein Mac? Und auf der Sofa versucht man sich eigentlich ein Bild zu machen. Die Frage ist, hast du das alles so inszeniert oder ist das mehr oder weniger so gewesen dort? Oder hast du mir so viel Dekorationsmaterial abräumen, in ein Hemdchen angeziehen, weil sonst irgendwie im T-Shirt und die Jogginghose rumgelaufen ist. Wie stark beeinflusst du die Leute? Eigentlich gar nicht. Darfst du eigentlich auch nicht? Nein. Weil die kommen ja eigentlich mit ihrer Persönlichkeit. Du bist ja keine Persönlichkeitscoach, du bist einfach nur ein Abbilder. Ich dokumentiere, genau. Ich dokumentiere und vielleicht ein bisschen einen Akzent setzen. Das ist das, was ich mache. Der Urs ist mein Exchef. Okay. Ich war ja auch lange Informatiker. Ich habe eine Webseite gebaut bei der Amazing Labs. Das war mein letzter Arbeitsgeber, als ich gearbeitet habe. Und er war dort der CEO. Okay. Und er hat danach dann auch einen neuen Job gesucht. Und hat ein paar Bilder gebraucht. Hat aber eh schon mal wieder eine Dokumentation von sich haben, weil er auch noch andere Aufgaben hat. Und dann haben wir ihn miteinander fotografiert. Und der erste Treffpunkt, den wir abgemacht haben, war bei ihm zu Hause. Also das ist effektiv sein Zuhause. Das ist häufig auch der Ausgangspunkt von so einem Shooting. Genau. Oder im Büro, je nachdem was man hat. Genau, genau. Und du siehst, wenn du die Bücher genauer anschaust, sind es Kochbücher. Ich habe es gelesen, ich habe es gewusst. Aber ich finde, es ist ein bisschen dezent. Ja. Aber man muss ja auch das nicht im Vordergrund stellen. Stimmt, das ist ja auch ein Koch. Genau. Er liebt einfach den Kochen. Und jetzt da ist er am Arbeiten. Es ist ein modernes Cuisine, das steht dort unten. Und dementsprechend sieht man einerseits, er kocht gerne. Andererseits, er kleidet sich gut. Das ist am Morgen, bevor er gerade gearbeitet hat. Dann nimmt er sich noch mal Zeit, sitzt her, tut noch mal seine Social Media Hygiene machen. Weil am Arbeitstag funktioniert das nicht immer. Und wenn du dann eben das zweite Bild anschaust, das gehört für mich dazu, dass die Person dann eben auch sich selber sein darf. Und einfach mal, das Bild braucht er unter Umständen nie. Aber es bringt ihn trotzdem in den Mut hinein, Hey, das ist etwas, das mir gefällt. Und er ist viel ruhiger. Er schaut noch einmal die Platten an, er erinnert sich vielleicht, wann er sie gekauft hat, wo er sie gekauft hat, warum er sie gekauft hat. Und wenn wir dann im weiteren Verlauf des Shooting weitergehen, dann ist er in dem Mut hinein, wo er ganz bei sich ist. Und das ist eben noch wichtig. Also um die Atmosphäre zu schaffen, um nachher besser fotografieren zu können. Genau. Denn das hier ist ein Resultat von mindestens ein bis zwei Vorbesprechungen, die jeweils eine halbe Stunde bis eine Stunde gehen. Weil ich rede mit den Leuten, ich sitze mit den Leuten, bevor ich sie fotografiere. Und auch vor dem Tag, wo wir fotografieren, ich sitze mit den Leuten, ich stelle Fragen, ich lerne sie kennen. Ihn habe ich jetzt natürlich schon ein bisschen besser gekannt, aber Leute, die sich mir anvertrauen, die ich vorher noch nicht gekannt habe, mit denen, ich nehme mir Zeit für diese. Ich lasse ihnen zu. Das ist eine Frage, die ich noch gestellt habe. Kann man Persönlichkeit von einem Menschen festhalten, den man gar nicht kennt? Nein, ich muss sie kennenlernen. Du hast aber eigentlich zu viel Zeit, um zu kennenlernen. Am Anfang ist es viel via Telefon. Dann trifft man sich, wenn es möglich ist, noch persönlich und geht mal ein Kaffee trinken. Bevor es überhaupt losgeht mit dem Fotografieren. Das passiert effektiv. Ich kann jeden Menschen, der von mir fotografiert wird in einem Personal Branding Shooting mindestens einmal von mir persönlich getroffen oder wenn es gar nicht anders geht, via Facetime, damit sie etwas von mir gespüren, wer ich bin und ich sie spüren darf. Und das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist, weil heutzutage nimmt sich eigentlich fast niemand mehr Zeit, um jemanden zu kennenlernen, sondern eben, du stehst vorne her, musst lächeln, fühlst dich unwohl und es ist so wie ein bisschen, ja, dann wirklich ein bisschen... Ja, es ist einfach unpersönlich. Oder du siehst einfach nicht, du siehst einfach Persönlichkeit nicht einfach so im Fassaden, die du siehst. Ich muss eine Verbindung haben, weil sonst können sie nicht entspannen. Sie können sie nicht entspannen. Sie müssen mich sympathisch finden. Sie müssen irgendwann eine Verbindung haben und sagen mal, du bist entweder eine coole Socke oder ich mag, wie du fotografierst oder ich mag, wie du redest oder ich mag, wie du mich tust ermutigen. Weil ich kann mich ja ein bisschen auf die verschiedenen Leute einstellen. Es gibt Introvertierte, es gibt Extrovertierte. Die einen muss ein bisschen bremsen, die anderen muss ein bisschen raus holen oder ein bisschen rauskütteln. Und so lerne ich die Personen kennen und ich frage und ich kann, weisst, ich frage dann, ja, Antonin, was ist denn das gewesen? Und hast du Kinder? Und was machst du mit denen am liebsten? Und irgendwie, was schaffst du? Und warum schaffst du? Dort, wo du schaffst, was begeistert dich an dem? Oder warum möchtest du dich genau selbstständig machen? Und dann, das sind alles Fragen, die dann bei mir im Kopf ein Bild ergeben, in meinem Kopf. Und du musst dir immer so vorstellen, die Interpretation von der Person, die du dann nach dem Foto siehst, ist eine Interpretation von dem, was in meinem Kopf ankam ist. Du kannst die Person ganz anders auffassen, aber es ist meine Interpretation von dem Menschen, den ich zu diesem Zeitpunkt fotografiere. Trinken sie jeweils auch Ideen? Die, die du fotografierst, die Menschen? Ich frage, wo sie sich bewegen. Also wo sie hingehen? Du bist jetzt in einem Kaffee offensichtlich? Ja, das ist das La Stanza in Thüringen. Er ist regelmässiger Gast im La Stanza. Aha. Man kennt ihn dort. Aha. Es war überhaupt kein Problem, dort dürfen sie fotografieren, weil man ihn dort kennt. Aha. Wobei, es ist ja niemand anderes drauf und es ist im Jahr 14 aufgenommen. Ja, ja. Wir haben auch drin fotografiert. Es hat auch Bilder, wo das Personal drauf ist. Wir haben auch Gäste im Hintergrund bei anderen Bildern. Das sind jetzt einfach Bilder, dass ich auf dem Blog irgendwie niemand habe, der nicht drauf sein sollte. Und dementsprechend, sie bringen mir die Locations, weil ich frage, wie bewegst du dich? Wie sieht dein Tag aus? Wenn du mal Pause hast, was machst du? Oder wenn du mal nicht im Büro bist, wo gehst du arbeiten? Oder was sind alles Sachen, die dich antreiben, die dich begeistern, die deinen Tag prägen? Und dann erzählen sie mir das und dann generieren wir einen Lauf durch die Stadt oder durch den Ort, wo man sich bewegt, sei das Zürich, Bern, Basel, wo auch immer. Und dann planen wir das in zwei bis vier Stunden eigentlich alles im Kosten haben. Okay. Also einen halben Tag Aufwand? Mindestens, ja. Da irgendwo anders. Da sieht man jetzt nicht, also das ist jetzt mehr so ein Porträt, das noch ein bisschen ein anderer Hintergrund hat, aber da sieht man jetzt nicht viel zu seiner Persönlichkeit, sage ich jetzt einmal. Also nicht irgendwie keine Tätigkeit oder keine Ausserfaszination für Technik vielleicht. Es ist im Kraftwerk in Zürich. Jawohl. Das ist bei der EWZ, glaube ich. Das ist so ein Ort, ein Coworking-Space und Event-Space, wo sie aufgebaut haben. Okay, das kennt man als Auserstehender nicht, aber das ist nicht das Problem. Genau. Und ähm, diese Lokalität hat er vorgeschlagen, weil er sie einfach schön findet. Weil er sich dort innen wohlfühlt. Ja. Es passt auch zusammen. Also optisch ist es von Blautönen und so, mit dem blauen Schackel. Und es geht ja in einer Personal Branding-Shooting nicht nur darum, dass jedes Foto irgendwann mit einem Charakter zurücktut, ähm, zeigen, sondern, dass es im Kontext auch mal verwendet werden kann. Wenn er jetzt eben angefragt wird, hast du mir ein Bild, ich schreibe gerade einen Blogpost über den Ausbucher, hast du mir ein Bild. Genau. Der Ausbucher, der adrett angelegte junge Herr, der irgendwo jetzt dort und dort arbeitet. Und ist immer noch viel besser als ein Bild aus dem Studio. Genau. Und er fühlt sich wohl dort. Und das sieht man auch. Ja. Es gefällt ihm dort. Er fühlt sich entspannter. Er ist dort irgendwo in seinem Element. Er kennt den Ort. Er kennt den Ort. Er fühlt sich wohl. Und das gibt natürlich ihm viel mehr Confidence. Ähm, auch wenn er das sonst hätte, oder? Aber es gibt Leute, die an einem gewissen Ort entspannter sind als an einem anderen. Ja, logisch. Sie haben ja eine fremde Person, den Fotograf. Genau. Und wenn sie einen fremden Ort auch noch haben, und die Tätigkeit, die es nicht so häufig machen, fotografiert werden, ist schon mal etwas weniger, wenn es den Ort vorgeben und sich dort wohlfühlt. das ist ja... sehr schöne Location, oder schönes Licht, oder schön, schön, äh, was soll ich sagen? Der Mood. Der Mood, ja. Ich denke, es ist nicht nur Bildbearbeitung, es ist auch so, vom Mood her. Ja, absolut. Da ist er jetzt vorhanden am Schreiben, finde ich noch spannend. Ist das eine Lagenda, oder eine Idee, oder ein Notizbuch? Das ist sein Notizbuch. Da zeigt er sehr viel von sich, finde ich. Ja. Also einerseits, er mag den Ort, das ist der gleiche Ort, wie vorhin. Vorher immer der Notbuch drauf, und der Kaffee trinkt den Wasser, das Gipfeli, und schreibt vorhand. Genau. Mit einem schönen, ja, also es ist cool, so richtig analog. Also auch wieder der Anzug, ich finde der Anzug ist sehr schick, oder? Also es ist einfach sein Style, oder? Er hat immer den gleichen Anzug an, habe ich gesehen. Einmal hat er einen Abzug, einfach nur das Hemd, aber er hat nicht verschiedene, ich habe gelesen, die Leute kommen mit verschiedenen Outfits. Wenn es gewünscht ist, wenn es das wünscht, ja. Obje, er möchte einfach das, das repräsentieren. Genau. Okay, ja. Wir sind immer zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen. Ist das in einem Restaurant, oder? Das steht in die gleiche Location, das Kraftwerk. So eine Art Kaffee, und eben Coworking Space, und Event Space. Ja, sehr schönes Bild. Dann, am gleichen Ort, einfach von einer anderen Perspektive, das ist das typische Stockfoto, finde ich. Wo jemand, etwas macht, und, eine gewisse Generation repräsentiert, also, so etwa, wie alt ist das, wie viel 50? Ich sage nichts zu dem. Nicht? Ist das geheim? Nein, nein. Okay. Und, ja, wo jemand am Arbeiten ist, und irgendwie, am Telefon. Er ist da gerade am Social Media noch zu checken, weisst du, dass er auch online ist, also, dass er einer von den digitalen, ähm, ähm, ältere Generation, die digital unterwegs ist, weil das gibt es ja nicht so viel, oder? Das ist schon noch, ein Punkt, wo man sagen, das ist nicht bei allen, so. Und in seinem Alter ist das natürlich einer der Benefits, weil er hat viele Erfahrungen, er hat für sehr viele verschiedene Firmen arbeiten dürfen. Und, ähm, was ich kann sagen, er arbeitet jetzt bei Farner und hat gerade das Farner Lab eröffnet. Also, er ist jetzt der Chef vom Farner Lab, wo sie neue Technologien ausprobieren und den Kunden zur Verfügung stellen, dass sie das mal erleben können. Okay. Und, ähm, ja, das können nicht viel sagen mit ihm sein Jahrgang, dass sie eine Art die Position können mit ihren Fähigkeiten besetzen. Meistens sind das Jüngere, aber dadurch, dass er so technisch affin ist und so interessiert in den Medien und in dem, was kommt in der Zukunft, hätte er das können. Wie viele Bilder machst du in so einem Shooting? Zwischen zwei und vier Stunden? Viele, aber ausliefern du nicht zwischen 100 und 150. Ja, aber 150 sind schon viele, also ausliefern ist schon viele 100. Und, ja, in dem Fall sind es wahrscheinlich etwa 500 bis 1000, die du machst. Also, ja. Kann schon mal passieren, ja. Aber schlussendlich ist es ja egal, es ist ja digital und der macht einfach das, was er macht. Genau. Und du sagst ihm, ja, du kannst einfach überall so ein bisschen, ja, einfach dokumentieren. Sein Leben dokumentieren. Genau. Sein Alltag. Ein kurzer Abschnitt. Ein Einblick in den Alltag. Damit er kann zeigen, was er macht. Und er ist effektiv unterwegs. Er hockt her, er nimmt sich die Zeit zum Notizen machen. Und er nimmt sich die Zeit zum... Er lebt eigentlich einen normalen Alltag. Du tust ihn eigentlich sehr wenig wahrscheinlich einschränken oder drapieren. Du schaust vielleicht auch, wenn er absitzt, dass er am richtigen Ort absitzt, dass er nicht am Schatten sitzt. Ja, genau. Aber du sagst jetzt nicht, jetzt den Arm hochheben und machen die Pose, das bringt nichts. Also da ist jetzt einfach gerade eine Notification gekommen, er hat dann das Handy für ihn und... Wer sind deine Kunden? Da habe ich mich gefragt. Weil ich habe den Preis gesehen. Er ist im Vierstelligenbetrag. Ist alles inklusive. Ja. Ist wahrscheinlich eben für gewisse Leute, für gewisse... für gewisse... für gewisse Nutzen wahrscheinlich ein bisschen viel. Eben für irgend so einen... einen, einer, 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 gegründet oder als selbstständiger Werbe und dann auftreten, ist es wahrscheinlich einfach zu teuer, um schon so etwas zu machen. Und auch für Online-Dating auch. Kann ich mir das im Kopf? Ja, ja. Aber natürlich, wenn jemand wirklich seine Brand will, auf einen nächsten Level bringen, dann ist es gerechtfertiger. Logisch, weil du bekommst wirklich im Prinzip genau das über, was du brauchst, um dich als Persönlichkeit zu verkaufen irgendjemand anderem. Also, wenn du dir das so vorstellst, oder? Sagen wir mal, du hast nicht gerade so einen krassen Wandel durchgemacht oder machst du ihn nicht durch in den nächsten zwei Jahren, dann kannst du die Bilder locker zwei Jahre lang brauchen, wenn du dann nachher dann noch den Preis nimmst und auf 24 Millionen abrechnest, dann ist das eine Investition, die ein bisschen mehr ist als ein Netflix-Abo und ein bisschen weniger als ein Autoleasing. Ja, und du 100 bis 150 Bilder überkommst, die jedes irgendwie anders ist oder für verschiedene Zwecke kannst. und das ist einfach, meine Kunden sind die, die realisiert haben, dass es in der heutigen Zeit, in dieser Online-Welt wichtig ist, sich irgendwann einmal durch zu positionieren, dass du dich darstellen kannst, über ein Bild, über eine Webseite, über die About.me Seite, und da hat es ja mal angefangen, wo man sich wirklich selber in den Vordergrund gestellt hat, weil die grossen Firmen, wo alles unter einem Dach sind, die werden, die wird es immer geben, aber die werden nicht mehr so wichtig sein, weil heute sind es Einzelpersonen mit spezifischen Skills, die sich zusammenschliessen und kollaborieren. Freelancer. Freelancer. Das sehe ich ja auch immer mehr. Auch mit dem Content-Creation-Space entstehen wahrscheinlich so coole Sachen nach und dann mit Einzelpersonen, die sich dort treffen und etwas Schönes machen. Du musst nicht mehr alles unter einem Dach haben, sondern du holst dir die Skills, die du brauchst, holst du dir einfach dazu. Und darum ist eigentlich jeder Mensch, jede Persönlichkeit eine Art wie eine kleine Firma, ein Brand. Und wenn du dich dann so darstellen und präsentieren kannst, du musst irgendwann immer ein bisschen extrovertiert sein, um dort herzukommen, um zu wissen, okay, das bringt mir etwas. Die Leute können mich schon einschätzen, wenn sie mich online gesehen haben, weil es hat auch etwas mit Sympathie zu tun. Natürlich. Ein Video wäre dann noch besser, oder? Ein Personal Brand Video. Deswegen kann man sich noch mehr präsentieren. Wieso? Das habe ich auch schon gemacht. Aber es ist einfach noch aufwendiger, oder? Sehr viel aufwendiger, ja. Also willst du nicht nur von einem halben Tag, sondern von zwei Tagen? Ja. Zwei bis drei Tage? Genau. Und kannst du eigentlich überall ein Video brauchen? Genau. Und ein Bild kannst du wirklich in der Zeitung geben, in einem Blog geben, in einem Systemartikel, oder eben auf deiner Webseite den Bildschirm füllen und sagen, hey, look, das bin ich, das sind meine Skills, so sehe ich aus, das ist mein Alltag, melde dich doch mal bei mir, weil die Hürde ist viel kleiner, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ach, das sieht doch noch gut aus. Ich meine, ich kann von dir ein Handyfoto machen und das kann ganz sympathisch sein, oder man kann ein bisschen mehr investieren und da sieht es professioneller aus, weil die Leute, die zu mir kommen, die verkaufen ja dann auch etwas, sei das eine Dienstleistung oder ein Produkt und die wollen ja dann auch irgendwann mal Geld für das, was sie machen. Und das Pricing ist halt immer so, bei mir, ich funktioniere so, darum mache ich das Pricing auch so, dass wenn ich viel Geld ausgeben habe, dann brauche ich es auch. Also ich habe angefangen zu fotografieren, weil ich irgendwie 2000 irgendwann mal eine Kamera gekauft habe, keine EOS 10D oder so damals noch, und zwei Objektive, ich habe 5500 Franken ausgeben und ich habe gewusst, jetzt liegt es nicht mehr an der Kamera, dass die Bilder schlecht sind, nein, es liegt nicht mehr an der Kamera, dass die Bilder schlecht sind, sondern es liegt an mehr. und dann habe ich so viel Geld ausgegeben, das ist mein ganzer 13. Monatslohn plus noch etwas vom 12. Monatslohn, das ich dort ausgegeben habe und habe einfach gesagt, jetzt muss ich mehr Zeit investieren und dann habe ich mich gezwungen, zum Zeit investieren und dann habe ich es, so bin ich in die Fotografie gekommen, so bin ich selbstständig geworden, dank dem, irgendwann mal, 15 Jahre später. Und wenn du weisst, es hat so viel Geld gekostet, dann liegen die Bilder nicht einfach nur auf der Harte, sondern du setzt sie zu jedem Zeitpunkt irgendwann einmal ein. Weil es ist zu teuer gewesen, um einfach die Nummer auf der Harte zu verrotten zu lassen. Und dann kommen dann auch Leute, die es ernst meinen und die etwas wendereich haben und die auch kooperieren und motiviert sind. Würde ich so auch unterstützen, sagen ja. Dann sitzt er in einem Designer, in einem IMS Chair. Mhm. Irgendwo sieht er aus, wenn er irgendwo am Warten wäre. Mich sieht man auch noch. Ja, in der Spiegelung, im Fenster. Ja. Und seine Tasche, wo er immer unterwegs ist, wo er noch alles dabei hat. Ja. Das ist auch ein wichtiges Accessoire. Ein Accessoire zeigen von Leuten. Genau. Wahrscheinlich können die Leute auch schon mit Erdbrüllen und Taschen auf den Tisch tun. Entschuldigung, weil jeder wusste, den ich kannte, das ist der Urs. Genau. Und die suffisante Zufriedenheit finde ich eben noch schön. Weil er ist sehr ein zufriedener Mensch. Ja. Also man sieht ihm an, dass er so ein ruhiger, zufriedener Mensch ist, der irgendetwas erlebt hat oder etwas erreicht hat. Und wo er ein Ziel im Kopf hat. Ja. Er hat schon die Bilder mit einem gewissen Ziel im Kopf hat er die eigentlich wollen machen. Ja, es ist schon. Und du, gibt es auch Leute, die zu dir kommen und irgendetwas anderes repräsentieren, als sie wirklich sind? Nein, habe ich noch nie gekommen. Oder die möchtest du dich gar nicht annehmen, weil es nicht mehr echt wäre? Ich rede ja mit den Leuten und ich frage, warum willst du das machen? Und wenn ich dann sehe, ich will jetzt aussehen wie ein Profi-Footballspieler, dann muss ich ihnen sagen, bist du denn ein Profi-Footballspieler? Ja, nein. Dann bist du das nicht du. Dann machen wir nicht das Personal Brand Shooting, sondern dann machen wir I-Want-to-be-Shooting. Aber das würdest du auch machen? Nein. Eigentlich nicht. Ich mag die Menschen sehr und wenn sie zeigen können, wer sie sind. Die Authentizität, das ist ein Wort, das aktuell überstrapaziert ist mit Influencer-Marketing. Aber einfach echte Menschen mag ich sehr gerne. Ja, und es ist auch einfacher mit jemandem zu arbeiten, der einfach sich selber ist, als einer, der immer richtig spielt. Genau. Das ist ja klar. Sehr cool zu sein. Er auf dem Velo. Mhm. Hätte ich es ihm nicht gegeben. Mhm. Aber das… Das ist sein Tank. Das Velo hat glaube ich 25 Kilo oder so. Was? 25 Kilo? Es ist unglaublich schwer. Ich kann mir auch überlegen, es ist gar kein spezielles, es ist kein Hipster-Velo, es ist kein Fixi, es ist kein Elektro-Velo, es ist irgendwie einfach so ein normales Velo. Und die Weichiste hinten drauf. Die Weichiste, aber das ist zum Transportieren. Genau, genau. Mit Helm, also. Ja. Also an diesem Bild sieht man wahrscheinlich mehr Persönlichkeit als auf vielen Bildern vorher. also es ist mir auch nicht so wichtig, es ist schon ein stylisches Velo, aber es zeigt irgendwie das Nonplusultra. Es ist ja noch ein Ständer dran, also irgendwie Komfort ist auch noch. Ne? Ja. Es ist äh… Du bist super im Bilderlesen. Ja, ich bin ja Fotograf, ich bin ja auch ein Visual Storyteller. Genau. Ja, also ich glaube, an diesem Bild würde ich, ich kann mir das Gesicht nicht so gut sehen, aber zusammen mit einem anderen Bild hast du schon sehr viel über ihn, ja, weil auch die Weichiste hinten drauf finde ich sensationell. Also hast du so ein bisschen kreativer, funktionell, ja. Also, dass ich ein Bild mit dem Velo habe wollen, habe ich gewusst, aber die Idee, dass wir es dort machen, an dem Ort, mit dem Licht, mit der Bewegung, ähm, er musste dreimal hin und her fahren, weil einmal ist noch ein Abfalltruck vorbei gefahren, dann ist ein Traum gekommen, dann ist… Aber, dass ich genau das Bild habe ich im Kopf gehabt, das wollte ich unbedingt machen. Das war eine Idee, wo ich gehabt habe, wo er mit mir geredet hat, er hat gesagt, weisst du, ich bin viel in der Stadt mit Mello unterwegs, da habe ich genau das Bild im Kopf gehabt, mit dieser Bewegung, Licht in Bewegung, Sonne Schelf, mitziehen, das kam recht gut. Ja, aber sonst müsse ich einen machen, der ÖV fährt, oder der Auto fährt, also musst du ihnen schon zeigen, wie Mobilität für ihn aussieht, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, um eine Persönlichkeit festzuhalten. Cool. Und dann hat es noch zwei herkömmliche Porträte, also herkömmliche schon ein bisschen schöner gemacht, auch mit dem Hintergrund, mit der Farbe und so. Spannend finde ich, dort wo er lacht, hat er die Augen zu, er sieht ein bisschen aus, wie er blind wäre. Ich weiss auch nicht, ich habe mir das so angeschaut, ich habe mir gedacht, das finde ich besser. Das linke ist so ein bisschen normal, rechts ist, wenn ich sehe, sehr echtes Lachen. In der Kombination. Wahrscheinlich müsstest du beides zeigen. Das ist die Kombination. Ja. Das ist der Urs, der das Maus hineinschaut und dann hat der Urs, der ab einem meiner blöden Sprüche lacht. Ja, aber das Bild braucht es auch. Wir kennen uns. Darum habe ich gesagt, die Kombination zeigt nicht nur das oder das, weil ich das gleiche Gefühl habe. Wahrscheinlich hätte es jetzt nicht so genau definieren, aber in der Kombination finde ich es eben, es ist ein seriöser Mensch, der aber auch gerne mal lacht. Er ist wirklich sehr on point, aber er ist auch wahnsinnig humolvoll. Und ich glaube, das kann ich mit diesen beiden Bildern zeigen. Was mir aufgefallen ist, du hast mit zwei Kameras gearbeitet aufgrund der Dateinnamen. Leck, ich meine kleine Schölle kam. Nein, das ist erst mal ein Abspeicher. Wahrscheinlich, weil es einfach zwei Brennweiten gewesen sind. Damit es einfacher ist. Genau. Also ich habe einfach zwei D5 und habe einen Moneymaker von Holdfast Gear, so ein schönes Lädergestellchen. Das habe ich nicht gesehen. Und dann kann ich einfach zack, zack, einfach shoppen. Also wie ein Hochsichtsfotograf. Ja, ja. Schlussendlich, er macht einfach irgendetwas und du Maschinen fotografieren. Genau. Und je nachdem, jetzt sehe ich ja, weitwinklig ist besser oder näher dran. Meistens mit 35-105 bin ich unterwegs. 35-105, jawohl. Also 35mm und 105. Ah, die zwei Brennweiten. Ja, das sind zwei schöne Brennweiten. Ja. Und es ist auch natürlich, das Licht nehme ich an. Ja. Das finde ich auch noch spannend. Je nachdem, wo jemand wohnt, kann es dann sein, dass es vielleicht ein wenig schwierig ist. Aber dann müsste man einfach dorthin setzen, wo es dann halt das Licht stimmt. Dann stellst du einen als Fenster oder eher als ... Also gestern zum Beispiel beim Shooting, als ich hatte, habe ich auch künstliches Licht dabei, weil ich ein wenig Angst hatte, dass es zu fest bewölkt ist. Dass ich einfach, dass ich ein wenig Licht setzen kann. Aber in der Regel schaffe ich mit dem, wo es rum ist. Und wenn es schiffen, dann schneiden wir. Ja, eben. Du hast auch einen Termin, den du hast. Wirst du den absagen, wenn es schiffen oder machst du ihn trotzdem? Nein, wir machen ihn trotzdem. Weil auch dann ... Das Leben gehört genau so dazu. Das ist für mich wie ein Teil vom Konzept. Hast du drei Freude? Ich habe noch nie schlechte Bilder bei schlechtem Web gemacht. Es sind einfach andere Bilder. Es sind andere Bilder, natürlich. Also andere Möglichkeiten. Ja, absolut. Cool. Jetzt haben wir da auch noch das Telefon. Ich glaube, auf die nächsten Bilder schauen wir nicht an. Wir lassen ... Jedes Shooting ist individuell, habe ich festgestellt. Also du hast noch nicht ... Das ist schon ein kleiner Plan, wahrscheinlich. Also du baust ja den Plan auf. Mit ihnen zusammen? Mit ihnen zusammen. Also aus Gesprächen entsteht der Plan. Aber du sagst nicht, wir machen jetzt das, wir müssen noch das machen und wir haben noch das auf dem Plan. Sondern wir haben einfach ... Wir lassen es fliessen. Ja. Oft machen wir viele Nöte, die wir wollten machen, machen dafür aber anders, was sich präsentiert. Also wir reagieren immer sehr individuell und Orts- und Situationsabhängig. Ja. Das macht es auch spannend, dass du nicht im Studio bist. Im Studio bist du ja sehr eingeschränkt. Da kannst du einfach so ein paar ... Standard-Sachen machen. Ja. Du kannst auch sehr kreativ sein. Das haben wir eben auch gesehen beim Fusion Light etc. Also das ist etwas, was du daraus machst. Aber für ein Personal Branding-Shooting ist es halt wichtig, dass die Leute eben dort sind, wo sie sich immer bewegen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie eine Art, ja, sich können selber sein. Und das ist ja alles so dort. Also du musst auch nur an diesen Ort gehen. Genau. Das Licht ist da. Einfach am Tag. Gibt es irgendwelche Tageszeiten, wo ... Ich frage, bist du am Morgen oder am Abend Mensch? Und dann wird am Morgen oder am Abend geschootet. Die Bilder, die du jetzt nicht gezeigt hast, sind mit dem Stefan Jäcker gewesen. Kann man auf der Webseite schauen. Genau. Dort haben wir am Nachmittag geschootet. Also von halb 5 bis halb 7. Mhm. Ja. Aber schon noch ... Es ist vielleicht vielleicht eine Herausforderung je nach Jahreszeit, aber es ist genau seine Zeit halt. Es repräsentiert dann ja auch die Person. Wenn er sagt, hey, mir ist es lieber dann, dann ist er dort aktiver. Und wenn einer sagt, hey, ich würde gerne morgen um 5 Uhr anfangen, ist das für mich auch kein Problem. Du musst dich einfach komplett auf den Kunden stellen, und das machen, was er will. Ja. Also das machen, dass ich ihm gehe und einfach in ... Ich hole ihn ab an diesem Ort. Ja. Er macht was, was er macht und du holst ihn dann ab. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Arbeit. Also das Bild, zu dem würde ich gerne noch etwas sagen. Der rote Platz in ... St. Gallen. ... der für einen steht, so kenne ich den. Ja. Das ist der Stefan Jäcker. Er ist Leiterinnovation von der Eifisen Schweiz. Der Job ist eigentlich immer, um direkt zu denken. Aha. Immer Sachen zu suchen, wo irgendwann mit dem Banking, im Banking-Bereich, könnte the next big thing sein. Aha. Und dann habe ich mir überlegt, wie präsentierst du jemanden, der sich tagtäglich mit Innovation beschäftigt und muss umdrecken denken? Jetzt suche ich mal eine neue Perspektive. Das ist bis jetzt das erste und das einzigste Shooting, Personal Branding Shooting, wo ich meine Drohnen ausgepackt habe. Das ist das erste Hochformatbild, das ich sehe. Ich habe ja anders noch Querformat. Ja, Querformat funktioniert auf Web besser. Das stimmt. Immer noch. Wir schauen zwar schon viel auf Mobile an, aber wenn du dann wirklich eine Fullscreen-Website hast, ist Querformat für den Desktop schon besser. Aha. Aber das Bild hat dann einfach, da haben wir einen Perspektivenwechsel gemacht, man sieht, er liegt eigentlich am Boden auf und hat die Füsse an diesem Bänkchen. Und die Menschen laufen durch, das Licht war eben perfekt dort. Und du brauchst die Leute, damit du verstehst, was das Bild ist. Genau, die Leute sind eigentlich per Accident reingelaufen und ich habe dann einfach gerade abgedrückt. Also das Bild ist 35% Konzept und 65% Glück, dass es genau so rausgekommen ist und ich liebe es. Es ist auch x-mal abgedrückt worden schon im Reifeiser Kundermagazin und auf anderen. Das ist natürlich für seinen Job genau das, wo ihn zeigt. an diesem Bild habe ich wirklich Freude. Das ist wirklich, und ich habe es auch nicht gross bearbeitet, ich habe den Gulli Deckel lassen, ich habe den Dreck lassen. Es ist einfach, es ist genau so wie Selsey und ich finde, das ist wirklich ein fantastisches Bild und auch Glück gehabt. Also es ist wirklich, wenn alles zusammenkommt. Ich habe immer das Gefühl, am Schluss kommt immer alles zusammen. Also Glück passiert dann, wenn du viel gearbeitet hast, vorbereitet bist und im richtigen Ort bist zur richtigen Zeit und das machen halt, arbeiten dann nur die, die halt ein bisschen mehr. Und die Idee zu diesem Bild ist mir auf dem roten Platz gekommen, als ich die Bänkeli gesehen habe. Ich habe das nicht geplant. Ich habe das gesehen und gedacht, das müssen wir machen, das probiere ich jetzt. Also ich hatte die Drohne dabei, weil ich wusste, ich wollte etwas mit der Drohne machen, aber ich habe nicht gewusst, was und darum. Das ist dann wirklich einfach, ich denke dann auch umdeckend, stelle mir vor, wie sieht das von oben aus, bevor ich die Drohne überhaupt steigen lassen. Die Leute haben das schon ein bisschen komisch geschaut. Am Anfang sind sie gestanden und die Drohne ist einfach nur geschweppt und dann sind sie gelaufen. Er leitet sich an. Er leitet sich an. Er leitet sich an. Er leitet sich an einen gestandenen Mann am Boden runter, leitet sich die Hände in den Hosen und schaut ein bisschen auf die Seite. Dann schauen die Leute am Anfang schon ein bisschen komisch, aber er hat das souverän gemeistert. Stefan war da fantastisch, wie er zu kollaborieren will. Für Innovation oder Kreativität braucht es auch ein bisschen Mut. Also nicht mehr Mut, einfach ein bisschen, ja, ein Auto auf den Kopf. Offen sind für uns. Offen sind für uns, ja. Genau. Und das Resultat spricht für sich vielleicht. Sehr gut, ja. Sehr spannend. Genau. Wenn man deinen Instagram-Account anschaut, dann sieht man Landschaftsbilder. Das ist deine persönliche Persönlichkeit oder zeigst du dort, oder wenn du für Privatfotografie bist, bist du in dem Fall Landschaftsfotograf oder Reisefotograf. Du hast auch noch einen Blog Explore More, wo wir gereist sind, du und deine Frau. Genau, genau. Spannende Frage. Ja, nein. Für mich ist es eine Art, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich aus einem Hobby einen Beruf gemacht. Also aus dem Fotografieren von Menschen, was ich früher als Hobby gemacht habe, habe ich meinen Beruf gemacht. Und wenn du dann tagtäglich irgendwann konfrontiert wirst mit dem Fotografieren von Menschen, bist du dann irgendwie hobbylos. Das ist ja so. Weil Menschen fotografieren zum Hobby ist dann nicht mehr wirklich gewesen, weil ich mache ja jetzt das eigentlich tagtäglich an Events und mit Personal Branding Shootings und wenn ich gehe, Mitarbeiter fotografiere, etc., bin ich immer mit Menschen unterwegs. Und dann habe ich wie ein neues Hobby gebraucht und dann habe ich zum Leid von meinen Kindern das Wandern entdeckt. die armen Kinder. Die armen Kinder. Ja, die armen Kinder. Tut mir leid. Sorry, Kinder. Es wird nicht aufhören. Und du das dann auch angefangen, Landschaften zu fotografieren. Und wenn ich mich an meine Anfänge von der Fotografie erinnere, Landschaftsfotografie, und ich sind immer auf Kriegsfuss gestanden. Und plötzlich hat das funktioniert. Plötzlich habe ich mit der Freude am Wandern und ich habe Freude an der Landschaftsfotografie. Ja, du kombinierst auch zwei Sachen. Genau. Und dann ist es schon wieder einfach. Also wenn du irgendwo hingehen und ein Foto machen musst, aber wenn du schon dort dabei laufst. Genau. Und dann habe ich einfach angefangen, das Zeug fotografieren. Ich habe das gerne gemacht, habe das auf Instagram getan und habe dadurch auch eine neue Community aufbauen können. Auch dort raus ist dann früher oder später der eine oder andere Job rausgekommen. Also ich darf zwischendurch für Tourismusregionen oder Schweizer Tourismus etwas machen oder einen Vortrag machen. Es hat sich wie, es fliesst einfach. Und Instagram ist mein grösstes Marketinginstrument. Wenn du das anschaust. Auch wenn ich nicht das zeige, was ich beruflich mache. Das ist kein Business Account dort. Also Business, wo du dein Business repräsentierst. Nein. Also wenn man gerade Boris Baldinger suche auf Instagram, denkt man ja, der macht ja Landschaftsfotos. Genau. Aber wenn irgendjemand sagt, hey, kennst du einen Fotograf, der Businessfotos macht? Ja, Boris Baldinger. Dann googelt es mich, findet es mich auf Instagram. Das ist falsch. Dann sagt dann aber der Ander wieder und das ist eben das Schöne. Ja, aber gehe mal auf die Website und dann sieht man, was ich als, ja, Propverdienst dann eigentlich mache. Finde ich mega spannend. Wie hat die Fotografie dein Leben verändert? Ja, einmal komplett auf den Kopf gestellt. Aha. Hast du dann schon Kind gehabt, die du selbstständig gemacht hast? Ja. Also ich habe Fotografie angefangen, weil mich eine Frau verlassen hat. Dann bin ich ins Loch gegangen, drei Monate später habe ich eben das viel Geld in die Hand genommen und eine Kamera gekauft. Das war ja auch noch sinnvoll. Ja. Und von dort, von dort... Dann müsstest du auch wenig dankbar sein, der Frau. Bin ich auch, bin ich auch. Es ist eine Art wie, das hat sich dann gesteigert und gesteigert, immer mehr Fotografiert, immer mehr Freude bekommen, anfangen Menschen zu fotografieren, anfangen Hochzeiten zu fotografieren. Das ist so immer der Weg, wo die meisten gehen, oder? Und dann definierte, irgendwann definierte, das war in meinem Studio, da gab man etwas raus und merkte, Landschaftsfotografie ist nichts für mich. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich mehr Talent habe im Fotografieren, als in der Softwareentwicklung, dort ist es schwierig geworden. Also ich bin ein talentfreier Softwareentwickler gewesen, der es gut gemacht hat, der es gerne gemacht hat, aber eben kein Talent hat. Ich habe Menschen gesehen, die haben etwas gelesen, einen Artikel gelesen zu einem technischen Problem, haben das aufgenommen, haben das umgesetzt und innerhalb von 10 Minuten haben sie es können. Ja. Ich musste Nachtschichten einlegen. Okay. Als ich dann Vater geworden bin, sind die Nachtschichten eine Art wie weggegangen, weil ich einerseits mühe war und zwischendurch auch mal aufgestanden bin und die Zeit nicht mehr investieren konnte. Das heisst, ich konnte nicht mehr Schritt halten mit der Entwicklung der Technologie. Mhm. Mein Interesse ist weniger geworden, meine Fachkenntnisse waren nicht mehr so gut wie vorhin, das hat dann irgendwie nicht mehr zusammengepasst, es hat sich nicht mehr die Wahrheit gehalten. Aber immer wenn ich eine Kamera in der Hand hatte oder eine neue Kamera rausgekommen ist, hat das einfach, das hat sich gut angefühlt. Mhm. Und dann war ich lange am Studieren, soll ich mich selbstständig machen oder nicht und ich habe mir das dann auf den Geburtstag im 2014 geschenkt. Ich habe Halloween Geburtstag gesagt, am 31. Oktober ich künde und dann ist mir zuerst mal das Herz in die Hose. Und dann hatte ich fünf Monate kündigungsfrist weil der Urs hat mich gefragt, hey Boris, wir müssen dich ersetzen, aber in drei Monaten schaffen wir das nicht. Gib uns fünf. Wir geben dir dafür Zeit, dass du schon Aufträge machen darf. Aber das ist super für einen der Chef, der nicht verrückt ist. Nein, mit diesem Move hat er mir eigentlich ermöglicht, die ersten grossen Aufträge an Land zu holen. Er hat gesagt, du darfst gehen, ich will die Aufträge machen. Bleibst du dafür? Bleibst aber dafür fünf Monate. Aber in diesen fünf Monaten, ich sage es, es war furchtbar, weil du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt. Ja schon, aber es ist besser, als wenn der eine sagt, du kannst jetzt schon gehen, ich brauche dich nicht mehr. Mit der Unterstützung vom Urs und mit der Unterstützung von ganz vielen anderen Menschen habe ich das dann nachher geschafft. Ich hatte einen super Start und bin wirklich, ich bin so unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der sich auf meinem Weg für mich eingesetzt hat. Dass das möglich gewesen ist, dass ich auch heute noch sagen darf, ich bin selbstständig, freischaffend und ich kann davon leben und ich kann meine bald drei Kinder, also jetzt noch zwei Jahre, bald drei Kinder ernähren, dass sie ein gutes Leben haben und dass ich auch meiner Frau ein gutes Leben geben kann mit der Fotografie. Und darum, ja, die Fotografie hat mich am Ende erfüllt. Ich war schon happy, aber heute bin ich erfüllt. Heute bin ich wirklich glücklich, weil ich habe meine Fotografie, ich darf reden, ich rede sehr gerne, merkt man es vielleicht. Und ich habe einen Mitmaker, Influencer Marketing und bald den Content Creation Space, wo ich auch wieder mit Menschen zusammenarbeiten und das ist einfach nur gross, das ist das schönste Geschenk. Ja und etwas kreieren und etwas weiterzugeben. Ja, genau. Ja, genau. Also wirklich, mein Leben hat sich komplett verändert. Ich bin früher ein Introvert gewesen, der sehr egoistisch und vielleicht teilweise auch etwas neidisch war auf das, was andere haben, bis ich realisiert habe, dass wenn ich mal etwas investiere, dann kommt auch wieder etwas retro. Und die Fotografie hat mir das gezeigt und hat mich dort hergeführt. Und die Fotografie ist ganz andere Materie als Software-Entwicklung oder als Informatik. Und das Bild kannst du eigentlich ausdrücken oder dann kannst du es anlangen. Menschen sind dankbarer für ein schönes Foto, als für eine schöne Webseite. Das ist klar, ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Danke vielmals, wenn wir da sind. Creation Space. Content. Creation Space. Entschuldigung. In Rapperswil, 1. April. Ganz genau. Gibt es ein Eröffnungsfest? Ganz bestimmt. Gut, dann komm ich schauen. Ich werde das sicher auf meinem Kanal öffentlich machen. Alles klar. Danke nochmal. Gute Zeit. Tschüss zusammen.